Zum heutigen Spiel, da ist K.O. Autostock, Peter Ann im Tor mit Willi Pernat, mit Hamara Emanuel, mit Ibn Alex, mit Kronberger Lukas, mit Nedinovic, mit Boschia, mit Veina, Rola, Erlacher, Georg, Seitpacari, Amsler, Tici, Benedikt, Neubler, Sven, Henning, Kevin. Ersatz, Kauschida Felix, Küras Alexander, Riesner Jan, Zwiesitsch Mario, Schlager Daniel. Der erste Pernhof läuft auf mit dem Kapitän und Vormann, Frau Max, in der Verteidigung mit Pickel-Thomas, Föhrer-Gerd, Paulus, Sivan, Rani-Gadis, Salis-Stragan, Sain, Hussin, Achmeti, hier, Schüssel-Schefan, Paka Alin, und Mankata, Beni. Ihr seid der Mann, Herr Christian, ihr seid Spieler, Polak Boran, Achmeti, ihr ja, und der Mann, Nico, Kugli, Salian. Schüttrichter der Partie ist der Christian Drober. Schüttrichter der Partie ist der Christian Drober. Oh, voll toll! Sehr gut, Alex! Sehr gut, Alex! Die haben wir viel? Oh Mann. Ja, genau. Ja, so ist richtig. Ja, genau, Mann. Aber umgekommen. Das war klar, dass er nicht mehr mal gegangen ist. Jawohl, so ist er richtig. Mann. Ja, gut, Nelly, wichtig, Nelly. Gut, der war nicht schlecht. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ja! 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.